Schlecht, da müssen wir ja mal weg. Mist gebaut. Und die Detektorkabel, die baue ich erst später ein. Halt, dann bleib's schön da. Bisschen wenig Licht, ne? Hm, zieh ich das hier unmittelbar lang? Ach, ich weiß auch nicht. Ich muss jetzt mal ein bisschen probieren. So. Das ist aber auch ungünstig. Ich hab aber bloß noch zwei. Mensch, ich bin doof, echt. Kann man doch so doof sein. Hm, ist okay so. Das darf sich nicht verbinden. Das darf ruhig so sein. Und jetzt können wir hier den sehr schön anknuddeln. So. Mag lustig aussehen, ist aber egal. Können wir noch Kabel sparen? Ach Mensch, guck mal. Ich bin echt doof. Das können wir sehr wohl machen. Dann ist nämlich hier unten der Schalter. Zudem brauchen wir da nicht so viel Kabel. Hier könnte ich noch eins rüber gehen, oder? Geht das? Darf ich das? Ist egal. So. Eins könnte ich noch rüber gehen, wie es aussieht. Was will ich jetzt wissen? Ich muss jetzt hier entlang gehen. Ach, nicht wirklich. So. Und hier ist es ganz wichtig, dass der hoch transformiert. Also muss hier ein Signal her. Wir machen das praktischerweise mit einem Schalter. Den wir hier anschließen. Mensch, sag mal. Kein Schalter. Wir haben aber gleich einen. Stickis habe ich da. Also ich sehe ihn jetzt nicht. Wahrscheinlich im anderen Rucksack oder so. Das können wir auch perversiver steuern. Da kann man die Spannung, oder wenn der ein Rettungsignal hier hat, kann man das hoch transformieren. Da kann man auch feststellen, ist da wirklich was drauf. Ist es on oder off? Indem man hier einfach eine Fackel nimmt. Und den Block anschließt. Das müsste theoretisch gehen. So ist aus. Ist die Fackel invertiert. Dann ist on. Also ist jetzt on. Gut. Dann kommen jetzt die EU-Detektor-Kabel hier rein. Mal gucken, wo wir das am blödsten machen. Eins sitzt. So, dass wir es immer schön sehen. So. Hier ist eins. Hier sitzt eins. Dann, ach scheiße, das ist nicht gut hier. Obwohl, das macht nichts. Hier können wir es anschließen. Solange hier immer high ist, spielt das hier keine Rolle. Oder wir tun den noch eins tiefer. Das wäre natürlich auch eine Sache. Dann können wir da auf Nummer sicher gehen. Weil das darf, also hier, wenn es wäre, dann deaktiviert es den Reaktor. Wäre es hier, kann es natürlich diesen Trafo switchen. Borgnen ist sauber. Müssen wir noch eins tiefer gehen. Das zählt alles nichts. Ich mache nicht so halbe Sachen. Hier müssen wir dann eh noch eins runter gehen. Von daher passt das dann. Also. Was wollte ich jetzt? Ach so, hier. Dann kommt hier wieder der Super-Contacture. Hier kommt jetzt unser Trafo her. Wir gehen da eh noch eins tiefer. Dann tue ich gleich mal hier ein bisschen ringsrum, dass ich da runter komme. So, jetzt kommt der hier hin. Ganz genau. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd. Da müssen wir noch eins tiefer gehen. Sonst sieht das alles so abgehackt aus. So. Da ist echt eine lustige Sache hier. Da müssen wir mal. Nein. Komm her, du warst teuer. Und hier das selbe Spiel. Gehe ich da gleich runter? Ich weiß auch nicht. Ah, egal. Ach so, das ist nicht gut. Das ist ungesund. Dann gehen wir hier jetzt gleich runter. Hier liegt ein teures Gabel. Kommt zu Papa. Dann hier genau dieselbe Geschichte wieder. Das könnte man auch per Wireless steuern. Das wäre auch möglich. Gleich hoch transformieren, dass da nichts passieren kann. Und hier ist unser Ausgang. Der bringt dann, ein Mittelvolt bringt 512 EU. Maximal. Von daher ist das optimal. Mehr holen wir sowieso nicht raus. Als 512 EU. Und wir werden das so machen, dass, wie gesagt, keine Kühlung notwendig ist. Und das rund um die Uhr laufen kann. Also nicht nur ein Zyklus. Sondern ich rede von permanent. Mindestens aber 7 Zyklen oder 8 Zyklen. Mal schauen, wie wir das am Blödsinn machen. Hier vielleicht, dass man es von vorne immer gleich sieht. Das wäre auch eine Sache. Mal überlegen. Es kommt hier erstmal was her. Ganz genau. EU-Detektorkabel. Da sitzt dann ein Receiver. Also wenn wir von hier kommen, möchte ich alle mit einem Mal so sehen. Von daher würde ich sagen, treibt er dann irgendeinen Block. Da müssen wir nämlich auch aufpassen. Wie verrückt. Von daher mache ich das lieber hier. So. Und jetzt kommen die Receiver hierhin. Der Transmitter. Entschuldigung. Hat der die jetzt gleich getrieben? Oh, das ist nämlich auch so eine Sache. Und die IDs weiß ich jetzt auch nicht, was wir da nehmen. Eine 9er Reihe. Fangen wir bei 900 an. Achso, reihum muss ich das ja auch noch machen. Und hier ebenso. Dann machen wir das hier unten. Dann stellen wir den hier hin. Und zwar so. Ja, das ist okay so. Dann würde ich sagen, komme ich jetzt überhaupt noch hoch her. Müssen wir schnell ins Bett. Und wir machen eine Pause. Ich glaube, ich habe schon wieder echt genug aufgenommen. Puh. Puh, 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 puh. Aber die Reaktoren, das lasse ich so. Die gefallen mir sehr gut. Vor allem sehen sie von oben hammergeil aus, wenn sie im Betrieb sind. Okay. Also. Müssen wir mal schauen. Wenn hier die Tür ist, dann sagen wir, das ist Reaktor 1, 2, 3, 4. Oder wir sagen 1, 2, 3, 4. Ja, machen wir so 1, 2, 3, 4. Also fangen wir hier an mit 900. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Hier kommt jetzt noch ein Sender her. Oh, das ist auch wieder so eine Sache. Nach innen kann ich gehen. Das ist nicht tragisch. Dann ist das jetzt 900. Ich mache es lieber so hier. Mit der 2, das ist dann selbst sprechend. 1, 2, Halt. So. Reaktor 3, Reaktor 4. Ach hier, 1. 900. 1, 2, 3, 4. So. Gut, dann haben wir das hier schon mal fertig. Hier ist dann unser Ausgang. Mensch, hätte das mehr in die Mitte machen sollen. Ich knallkopp. Naja, macht nichts. Dann kommt das Gabel hier weiter raus. Die MFSU ist... Wie machen wir das? Weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Ist erstmal nicht so wichtig. Ich bin auf den Strom gar nicht so scharf. So. Moment, ich muss hier noch was machen. Obwohl, die MFSU muss ja irgendwo hin, weil hier drüben... So. Moment, wo steht die? Hier. Ah ja, okay. Hier irgendwo, weil wir ja diesen Zaun, also diesen Meshfabrikader im Zaun mitfüttern wollen, ne? mit diesem Breeder-Strom und hast du nicht gesehen. Hm. Achso, und jetzt müssen wir ein kleiner was organisieren. Schaut doch witzig aus. Cool. Genau. Was ist denn hier los? So. Mir fällt gerade was ein, was ich hier machen kann. Ich habe hier irgendwo nämlich Kobbelsturm herausgenommen und den kann ich jetzt wieder auffüllen. Pop, pop, pop. Und den Stein da lassen. Die Fackeln da. Bundlet-Kabel, ne? Zwei. Das reicht nicht. Wir brauchen mehr. Bundlet-Kabel. Das war irgendwas hier, ne? Mit sowas und... Ich weiß es nicht mehr, Leute. Echt. Ich mache das einfach sehr selten. Bundlet-Kabel. Achso, da war das Rezept nicht drin gestanden. Doch hier. Ach ja, irgendein weißes Kabel mit Bindfaden. Das haben wir. Hier weißes Kabel und Bindfaden. Weißes Kabel. Da kommen immer zwei raus, meines Wissens. Und Bindfaden. Das sind sechs. Moment, eins, zwei, drei. Ja, reicht. So. Gutes Bundlet-Kabel und von den Farben her spielt das hier auch nicht unbedingt eine Rolle. Mal sehen, ob ich die Farben noch weiß. Wir brauchen vier Stück. Ich nehme sprechende Farben und zwar blau, grau, weiß, schwarz. Ich brauche schwarz. Deswegen habe ich schon mal diese vier EU-Detektor-Kabel. Hier. Black. So, eins, zwei, drei, vier. Für die MFSU brauchen wir auch was. Dann nehmen wir rot. Um die MFSU abzufragen, wenn die voll ist. Das fragen wir einfach dann ab. So. Aber die schauen eigentlich hier, diese Wireless-Transmitter, schauen von hier jetzt ziemlich cool aus. Also das kann ich durchaus als Vorlage so wie es jetzt ist verwenden, ne? Plus noch ein bisschen feine strukturieren und so und naja, hast du nicht gesehen. Gut. Jetzt brauchen wir die Receiver. Die stellen wir nämlich gleich auf. Wir müssen das testen. Dann ruhen wir das wieder ab oder bauen ein Gehäuse ringsherum. Brauchen wir erstmal die Grundstruktur. Ja, leuchtet ein bisschen sehr rot. Ein bisschen sehr intensiv rot, ne? So. Müsste das schon genügen. Ganz genau. Und jetzt kommen hier die Kabel einfach so dran. So. Dann machen wir hier das Zeug also weiß und grau machen wir zusammen. Weiß, grau, schwarz, blau und rot hier hinten. Da messen wir dann die MFSU und die hier. Das sind die vier Ports von den EU-Detektor-Kabeln. Also hier, ne? Darf ich die nebeneinander stellen, die Receiver? Oh, ich weiß gar nicht, wie das war. Eigentlich schon, ne? Naja, wird sich zeigen. Wir haben gesehen. So, dann fangen wir hier wieder bei oben an. Na, jetzt bin ich schon drüber hinaus. 1, also hier 1000 und 1 minus 100. So. Dann hier 1100 1, 2, 3 1100 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 korrekt. Und das Ja, man hätte es noch enger bauen können. Aber heben wir uns das lieber auf. Und das hier wird die 905 Das wird nämlich die MFSU sein. Mehr brauchen wir hier nicht und mehr Technik machen wir hier nicht. Da kann das jeder auch überblicken. Und das wird rein informativen Charakter haben. Wir gucken lediglich, was ist der Status? Da müssen wir nicht in jeden Reaktor reingucken. Wir gucken einmal auf dem Rechner und sehen dann sofort ist ja noch Uran drin oder nicht. Oder sind sie in Betrieb oder nicht. Gut. Jetzt müssen wir uns was holen. Wir brauchen einen Schalter. Wir brauchen eine Tür. Ja, ja. Ist ja gut. Na, vor allem Lärm da. Also hier. Das haben wir. Dann müssen wir uns noch einen Schalter machen. Wir haben doch bestimmt hier. Ja, wenn wir mal einen Koppelstoen brauchen. Haben wir das nicht im Rucksack? Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt. Dann müssen wir jetzt mal welche machen. Was meint er jetzt hier? Ich weiß nicht, wo Koppelstoens sind. Deswegen. So. Ich habe immer Angst, dass ich mal in den Zaun brauche. Ich glaube, da warten schon einige drauf. Redstone habe ich ja hier nicht. Redstone, doch. Habe ich ja. Oh. Ich weiß, wo welche ist. Ich weiß. Das. Glaubst du es? Ich weiß jetzt nicht. Wir brauchen doch keinen Redstone. Wir brauchen ganz nochmal Stickis. Echt. So. Wieso brauchen das? Wieso sind die online? Weiß da gar nicht, warum? Hast du nicht gesehen? Und dann baue ich hier gleich das. So. So. Ne? Das ist ganz simpel. Machen wir das hier ohne irgendwelche Faxen, sondern ganz simpel. Und hier könnte wir uns Fenster reinmachen. Das wäre eine Sache. Das wäre im Prinzip eine Sache, ne? Ich weiß ja nicht, wie wir das machen wollen. Eher flache Fenster. So, ne? Hier kann ja wirklich nichts passieren, aber ich möchte auch das nicht übertreiben. Wir machen das dann einfach hier so. Stein, Stein. Und dann können wir hier so ein bisschen drauf gucken auf die Reaktoren, ne? Hier machen wir es genauso. so. Oh. Na ja, gut. Na, dann sieht es doch schon mal hier auch ganz braun aus. Es ist dunkel. Jetzt mache ich endgültig Finish. Ihr habt so ein bisschen was gesehen. dann machen wir demnächst hier weiter. Das mit der MFSU müssen wir hier noch klären, ne? Wo wir hinbauen und genau, da brauchen wir ja auch noch den Sender. Äh, Sender. Den lasse ich jetzt, lasse ich den schon mal da? Ja. Oh Gott. Gut. Dann zischt wir hier ab. Und sehen uns demnächst auf dieser Welle. Ich wünsche euch was. So, Fabrikhalle schlafen. Nacht. Tschüssle. 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 Tschüssle.